Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, als Ergänzung zu unserem letzten Video, in dem gezeigt wurde, dass man unter Windows unter anderem mit der jüngsten Ausgabe der PowerToys Text aus Grafiken extrahieren kann. Naja, das gleiche geht natürlich auch unter Linux und ganz sicher auch unter dem Mac, da mache ich mir gar keine großen Sorgen. Unter Linux gibt es eine OCR-Engine mit dem Namen Tesseract und die wird im Grunde von allen Tools, die es unter Linux gibt, als Grundlage zur Erkennung von Schrift genutzt. Das soll heißen, wir haben unter Linux wahrscheinlich ein halbes Dutzend an Programmen, wenn nicht noch mehr, die alle am Ende die gleiche Software zur Erkennung der OCR-Buchstaben bzw. zur Erkennung der Buchstaben nutzen. Insoweit ist die Kunst also, welches Tool bietet eine gute Oberfläche, um das Ganze für uns so einfach wie möglich zu machen und da bietet sich der Text-Snatcher an. Link natürlich in der Beschreibung, das Paket kommt als Flatpak daher und wenn sich Ihr Linux noch nicht mit Flatpak auskennt, also das die erste Anwendung ist, dann fällt der erste Download etwas größer aus, da müssen quasi erst die Runtime-Dateien noch mit installiert werden. Naja gut, Runtime ist jetzt nicht ganz richtig, aber das Prinzip ist das gleiche. So, also ich habe es runtergeladen, also gestartet. Kann man das hier installieren. Na, dann können wir es dann direkt mal starten. Da haben wir ihn, ansonsten halt ganz normal über unser Startmenü. So, schließen wir das hier, schiebe ich das hier rüber. Meine zwei Benchmark-Dateien, die ich auch im Windows-Video benutzt habe zur Erkennung von der OCR-Schrift, die habe ich jetzt hier schon mal auf den Desktop gelegt. Insoweit einfach die erste Datei mal geöffnet und auf den Text-Snatcher auf Snatch Now geklickt. So, wir haben drei verschiedene Möglichkeiten hier, wie wir die Bilder OCR-mäßig abarbeiten wollen. Die erste Option ist Screenshot erstellen. Das war genau das gleiche, was ich auch unter Windows gezeigt habe. Wir haben hier noch die Möglichkeit, einfach eine Datei anzugeben oder eben den Inhalt des Zwischenspeichers, den wir eventuell schon, naja, gescreenshottet haben. So, um das mehr oder weniger gleich zu halten, Take Screenshot. Damit fangen wir an. Ich kriege hier mein Fadenkreuz. Ich fahre hier oben hin und markiere mit der gedrückten Maustaste den Bereich, den ich abscannen möchte. In dem Moment, wo ich loslasse, steht hier direkt Checkout Clipboard. Ich öffne meine Textanwendung und dann fügen wir den Inhalt ein. Leider sehen wir hier gar nichts. Guter Vorführeffekt. Hat eben noch perfekt funktioniert. Jetzt will er nicht mehr. Okay, dann Plan B. Das heißt, wir klicken hier drauf. Wir wählen das Ganze aus mit Schreibtisch. Unbenannt. Das ist die gleiche Grafik. Auswählen. So, wir sollen nochmal prüfen. Zack, jetzt haben wir es dran. Machen wir den zweiten Test also auch noch. Das heißt, das nehme ich wieder raus. Jetzt können wir schließen. So, wir haben da noch das zweite Bild. Das war schon etwas anspruchsvoller unter Windows. Das haben wir auch. Insoweit Snatch. Machen wir direkt Choose File. File, Schreibtisch, Karussell, Check Clipboard, Einfügen. Dann haben wir hier unseren Glickskäfer. Da steckt neues Glick drin und wir sind unglaublich glücklich, was wirklich gut ist. Nur hilft uns nicht. Genauso wie wir Bedürfnis haben und hier, wir haben nicht eine öffne, sondern wir haben eine 6. Also, er erkennt es nicht ganz genau. Er erkennt den Kreis von dem O und oben zwei Punkte von dem Öffne, aber er meint dann die 6 erkennen zu können. Gut, das liegt daran, dass das Programm standardmäßig mit der englischen Einstellung arbeitet. Das können wir natürlich ändern, indem wir hier auf den Button klicken und dann German anwählen. Das macht viel Sinn, vor allen Dingen, weil man eventuell durchaus auch mal englische Texte hat, die man dann damit abscannen kann. Oder eben anderssprachige. Arabisch, Türkisch. Haben wir alles dabei. So, machen wir das gleiche nochmal jetzt mit der deutschen Einstellung. Nehmen wir das raus. Snatch now. Datei auswählen. Schreibtisch. Check. So, und jetzt haben wir wieder Glück. Den Text hier oben mit der ganz geschwungenen Schrift, da hat er noch seine Schwierigkeiten. Da erkennt er zweimal ein Ü und auch zweimal ein K. Aber abgesehen davon ist das Ganze perfekt. Den Smiley, den hat er hier mit dem Copyright C ersetzt. Gut, das ist alles durchaus akzeptabel. Insoweit geht also auch unter Linux ganz einfach. Okay. Okay.